Kartago im Golf von Tunis, erbaut im 9. oder 8. Jahrhundert vor Christus. Herzstück der Stadt war der ringförmige Hafen. Hinter der Zufahrt vom Meer erstreckte sich das Becken für die Handelsschiffe. Dahinter lag der militärische Sperrbezirk. Der geheime Kriegshafen mit überdachten Liegeplätzen, der Platz für etwa 200 Kriegsschiffe bot. Als wichtiger Handelsplatz war Kartago durch mächtige Verteidigungsanlagen rundum geschützt, auch zum Meer hin. In der Unterstadt lagen die Geschäfte und Wohnviertel der einfachen Leute. Auf einem Plateau, bestens abgeschirmt, thronte die Oberstadt. Sie war sowohl religiöses als auch politisches Zentrum mit Sakralbauten und luxuriösen Villen. Die Ruinen der Hafenanlage existieren noch heute.